800.000 Flüchtlinge versuchen Not, Verfolgung und Krieg zu entkommen und hoffen bei uns auf eine bessere Zukunft. 800.000 Flüchtlinge, die unsere Hilfe benötigen. Sie haben ihr Hab und Gut ihre Familien und Freunde zurückgelassen und wollen in Deutschland ein neues Leben beginnen. Wir müssen ihnen Perspektive bieten und Starthilfe leisten. Wir als deutsche Profiteuter haben die Initiative InSafeHands gegründet. Wir unterstützen aktuelle Projekte, organisieren Trainingseinheiten mit Flüchtlingskindern, vermitteln Brieffreundschaften und rufen auf zur Hilfsbereitschaft. Aber ohne euch geht es nicht. Wir brauchen eure Hilfe und eure Spenden. Alle Infos dazu findet ihr unter www.insafehands.de und auf unserer Facebook-Seite. Raus aus der Deckung. Tut was. Raus aus der Deckung. Vertraue undencia1t.